Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Führung durch das Deutsche Marienmuseum. Wir befassen uns heute mit dem Unterseebootskrieg im Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In der vergangenen Folge haben wir gehört, welch geringe Rolle die Überwasserstreitkräfte in diesem Krieg an sich spielten, so wie es der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine schon unwillbar nach Kriegsausbruch in sein Kriegstagebuch geschrieben hatte. Wie im Ersten Weltkrieg sollten die Unterseeboote den Löwenanteil des Seekrieges tragen. Löwenanteil ist vielleicht das richtige Stichwort. So sah die Kriegsmarine die Rolle des Unterseebootes im Zweiten Weltkrieg. Wie Stachel stecken die Unterseeboote im Fleisch des britischen Löwen. Und wir lesen hier unter dieser Propagandakarikatur Dammt. Es werden immer mehr. Tatsächlich baute das Deutsche Reich in enormer Zahl Unterseeboote. Vor allem Boote dieses Typs 7C, wie wir ihn hier sehen. Im Grunde genommen ist der Name Unterseeboot ein wenig irreführend. Nicht anders als im Ersten Weltkrieg handelt es sich eigentlich um Tauchboote. Man kann es gut erkennen an der Bugform dieses Bootes. Der Bug ist geformt wie ein klassischer Überwasserschiffs Bug mit einer messerscharfen Schneide, mit der das Boot gut durch die Wellen fahren kann. Weniger optimiert für die Unterwasserfahrt. Das Konzept, was hinter diesen Booten stand, hinter diesem Unterseebootkrieg im Zweiten Weltkrieg, war ein vergleichsweise einfaches. Der Führer der Unterseeboote bzw. später Befehlshaber der Unterseeboote, Karl Dönitz, hatte den U-Boot-Krieg als sogenannten Tonnagekrieg konzipiert. Die Unterseeboote sollten mehr gegnerischen Schiffsraum versenken, als dieser in der Lage wäre, nachzubauen. So sollte die alliierte Versorgung in die Knie gezwungen werden. Und im Grunde genommen war es deshalb völlig egal, was den Unterseebooten eigentlich vor die Torpedorohre kamen. Man hatte zu Beginn des Krieges noch nicht allzu viele dieser Boote, 57 Stück. Gerade mal die Hälfte davon war Atlantik fähig. Auch wusste man, dass man eigentlich immer nur ein Drittel der Boote, die man hatte, tatsächlich im Krieg einsetzen konnte. Den Rest brauchte man oder hatte man in der Instandsetzung oder in der Ausbildung. Man musste also rotieren. Und wenn man daher die Versorgung über den weiten Atlantik kontrollieren konnte, musste man sich was einfallen lassen. Dönitz entwickelte das Konzept der Rudeltaktik. Der Atlantik war in Überwachungssegmente überteilt, in denen einzelne Boote standen, die zunächst einmal nur beobachten sollten, wenn ein Gegner auftauchte und dann alle Boote, die sich in Reichweite befanden, zusammenruften. Und dann sollte ein massierter Angriff auf diesen Gegner passieren. Die Gegner organisierten sich relativ schnell in Konvois. Das heißt, die zivilen Versorgungsschiffe wurden von einem militärischen Geleit gesichert. Und dann versuchte man, so viel wie möglich, aus diesem Konvoi rauszuschießen. Viele werden Szenen von Das Boot aus Lothar Günther Buchheims Roman oder der bekannten Verfilmung vor Augen haben, wenn Sie das hören. Der anfänglich erfolgreiche U-Boot-Krieg wurde schnell zur wichtigsten Auseinandersetzung zwischen den Alliierten und der Kriegsmarine. Und den Unterseebooten wurde ihre Eigenschaft als Tauchboote zum Verhängnis. Dadurch, dass sie weitgehend über Wasser operieren mussten, waren sie relativ leicht zu orten. Je überlegener die Alliierten über See mit ihren Luftstreitkräften wurden, desto häufiger mussten die Boote unter Wasser gezwungen werden. Waffen wie diese, die zwei Zentimeter Flak von U1, die vom Meeresgrund geborgen wurde, waren daher wichtige Waffen neben den Torbetoworen, die zur Versenkung des Gegners dienten, um sich aus der Luft zu schützen. Die Luftüberlegenheit der Alliierten über dem Atlantik, die Erfindung neuer Ortungstechniken wie des Radars und des Unterwasserortungsgeräts A-Stick spielten eine wachsende Rolle im Unterseebootkrieg und in der Bekämpfung der deutschen Unterseeboote durch die Alliierten. Eine Schlüsselrolle in diesem Krieg, aber kommt diesem Objekt hierzu, der Schlüsselmaschine Enigma, mit der der deutsche Funkverkehr der gesamten Wehrmacht verschlüsselt wurde. Sieht aus wie eine Schreibmaschine mit einer alphanumerischen Tastatur. Man konnte den zu verschlüsselnden Buchstaben eingeben über verschiedene Steckverbindungen, konnten Kombinationen der Verschlüsselung gewählt werden. Die wurden dann über zunächst drei rotierende Walzen geschickt, die ihre Position zueinander veränderten und dadurch den Weg, den der Strom nahm, jedes Mal veränderten, sodass auf dem Nummernfeld hier oben jedes Mal ein anderer Buchstabe auftauchte und man im Grunde genommen, um den Funkverkehr zu dechiffrieren, genau wissen musste, welche Walzen sind an welcher Position einzusetzen und wie sind diese Steckverbindungen zu wählen. Gleichwohl gelang es den Alliierten im Mai 1941 in den deutschen Funkschlüssel einzubrechen. Man hatte ein eigenes Rechenzentrum in Bletchley Park damit beauftragt, diesen Funkschlüssel zu entziffern. Als zusätzlich noch Funkunterlagen erbeutet wurden, gelang es, diesen Funkverkehr mitzulesen. Von da an mehrten sich die Erfolge der britischen U-Boot-Abwehr. Der britische Geheimdienst achtete allerdings peinlichst darauf, dass den Deutschen zunächst der Einbruch in den Schlüssel verborgen blieb. Als den Deutschen schließlich bewusst wurde, was passiert war, entwickelte man die Schlüsselmaschine Enigma weiter in die Form, die wir hier sehen. Man fügte der dritten Schlüsselwalze eine vierte hinzu, die Enigma M4, so wie wir sie hier sehen, wurde entwickelt. Dies potenzierte noch einmal die Verschlüsselungsmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz war den Alliierten in der Zwischenzeit ja das Prinzip bekannt. Es war sozusagen nur noch eine Frage der Zeit und zum Ende des Jahres 1942 konnten sie den deutschen Funkverkehr wieder mitlesen. Es dauerte schließlich noch bis Mai 1943, bis der U-Boot-Krieg im Nordatlantik so verlustreich wurde, dass die Kriegsmarine sich gezwungen war, ihn einzustellen, bis man neue U-Boote hätte. Man suchte, neue Unterseeboote zu entwickeln, die nun als tatsächliche Unterseeboote eingesetzt werden konnten, nicht mehr nur als Tauchboote. In der Zwischenzeit war auch das gesamte deutsche Reichsgebiet den alliierten Luftangriffen ausgesetzt. Deshalb musste man die Fertigung der Unterseeboote in verbunkerte Produktionsstätten wie den U-Boot-Bunker Valentin bei Bremen-Farge verlegen. Er wurde unter menschen dem verachtenden Einsatz von Zwangsarbeitern, die zum Lagersystem neuen Gammel gehörten, errichtet. Es kamen Tausende beim Bau dieses Bunkers ums Leben. Zum Einsatz kamen die Unterseeboote des Typs 21 und 23 niemals in größerer Zahl. Auch wurde der U-Boot-Bunker Valentin als Fertigungsstätte nie in Betrieb genommen. Mit Mai 1943 war im Grunde genommen der Unterseebootkrieg, der Kriegsmarine gescheitert. Gleichwohl währte der Zweite Weltkrieg noch zwei Jahre. Und man muss sich die Frage stellen, wie konnte es so weit kommen, dass man noch zwei Jahre weiterkämpfte, obwohl doch im Grunde genommen im Mai 1943 eigentlich schon offenkundig war, dass dieser Krieg, der nie begonnen hätte werden dürfen, nicht zu gewinnen war. Alle großen Wegmarken liegen inzwischen hinter uns. Die USA sind nach Pearl Harbor in den Krieg eingetreten. Damit ist zu der UdSSR, die man im Juni 1941 überfallen hatte, eine weitere Großmacht in den Krieg eingetreten. Stalingrad ist verloren. Nichtsdestotrotz kämpft die deutsche Wehrmacht bis zur bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945, noch volle zwei Jahre. Mit der Frage des Warum beschäftigt sich diese Vitrine und das vielleicht wichtigste Objekt in dieser Vitrine ist das Schiffsmodell, was wir hier sehen, die Lützow, Panzerschiff A, Panzerschiff Deutschland, irgendwann umbenannt in Lützow, weil Deutschland nicht untergehen darf. Es handelt sich um die Abschlussarbeit eines Schülers und die Tatsache, dass Schüler zum Abschluss ihrer Schulzeit solche Objekte fertigen, spricht Bände für die Militarisierung der damaligen Gesellschaft. Und darin ist vielleicht einer der wichtigsten Elemente zu sehen, warum so lange noch gekämpft wurde. Das Kämpfen gehörte zum Nationalsozialismus als fester Bestandteil der Ideologie dazu. Diese Ideologie erreichte die Menschen in ihren Wohnzimmern mit diesem Objekt, dem ikonischen Volksempfänger, den nahezu alle kennen, mit denen Josef Goebbels und sein Propagandaministerium ihre Botschaft ins Volk brachten. Das immer längere Kämpfen hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Wehrmacht im Grunde genommen gar keine Alternative zum Kämpfen mehr hatte. Je länger der Krieg dauerte, je größer die Verbrechen waren, an denen man beteiligt war, desto weniger durfte man darauf helfen, dass im Falle einer Niederlage einem Milde gewährt werden würde. Aber natürlich spielte auch die militärische Professionalität eine Rolle. Es gibt eine Untersuchung, die auf die Befragung von Kriegsgefangenen im britischen Gewahrsam abzielt, die unbemerkt abgehört wurden. Und daraus wurde einfach deutlich, wie sehr das Kämpfen zum professionellen Selbstverständnis der Soldaten gehörte. Es gehört einfach dazu, dass ein Soldat, der schießt, auch treffen will. Schließlich und endlich darf man aber auch die nationalsozialistische Militärjustiz und die drakonischen Strafen des Regimes nicht vergessen. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg waren mit der sogenannten Kriegsstrafrechtssonderverordnung aus dem Jahre 1938 eigentlich die wesentlichen Wegmarken gestellt worden, die es der Militärjustiz erlaubten, gegen geringfügigste Vergehen die Todesstrafe auszusprechen. Und im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg machte die nationalsozialistische Militärjustiz von dieser Todesstrafe auch umfangreich Gebrauch. Über 22.000 Wehrmachtangehörige sind im Verlauf des Krieges hingerichtet worden wegen Desertion, wegen Kriegsverrat oder wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung, einem Gummiparagrafen, unter dem man im Grunde genommen alles fassen konnte, wovon man glaubte, dass es dem Durchhaltewillen der Truppe zuwiderlief. Einer, der Opfer dieses Paragrafen wurde, ist der Oberleutner zur See, Oskar Kusch. Hier auf der Rückseite dieses Zuges sehen wir einen berührenden Brief, den Oskar Kusch am 12. Mai um 1.30 Uhr morgens an seinen Vater schreibt. Er verabschiedet sich dort von seinem Vater. Fünf Stunden später wird er auf dem Schießplatz bei Kiel hingerichtet, wegen eben jener Wehrkraftzersetzung. Was hatte Oskar Kusch verbrochen? Er hatte in der Offiziermesse seines Bootes Zweifel daran geäußert, dass dieser Krieg noch zu gewinnen sein würde, war von seinem ersten Offizier denunziert worden und dann zum Tode verurteilt und am 12. Mai 1944 hingerichtet worden. Soldaten wie Oskar Kusch aber waren die Minderheit. Viele waren überzeugt, dass dieser Kampf, den sie führten, der richtige sei. So der Offizier Horst Weber, dazu ja ganz gleich wie Oskar Kusch. Auch er schreibt an seine Eltern im September 1944, also nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli. Und er schreibt dort, dass er stolz sei, ihnen mitteilen zu können, dass die Kriegsmarine die nationalsozialistische und fanatischste Truppengattung nach der SS sei. Ob dieser Befund zutrifft, ist historisch kaum zu überprüfen. Interessant ist aber, dass ein junger Offizier es für betonswert hält und damit eben deutlich macht, wie stark er hinter dem nationalsozialistischen Regime steht. 1944 erreicht der Zweite Weltkrieg auch das Gebiet des Deutschen Reiches. Schon länger hat es unter der Bombardierung der Alliierten gelegen. Nun werden auch die Grenzen durch die Truppen der Alliierten überschritten. Insbesondere im Osten ist die Furcht der Bevölkerung groß. Ostpreußen wird eingeschlossen. Die Bevölkerung macht sich aufgrund des Verbots der Gauleitung viel zu spät auf den Landweg im eisigen Winter 1944-1945, um Ostpreußen zu verlassen. Tragische Schicksale spielen sich ab. Objekte aus dieser Zeit sehen wir hier in der Vitrine. Flüchtlingsrucksack für das nötigste Hab und Gut und Stalllaterne, die als Ikonen dieser tragischen Ereignisse aufbewahrt werden. Irgendwann ist Ostpreußen so vollständig eingeschlossen, dass der Weg aus Ostpreußen nur noch über See möglich ist. Hier vollbringt die Kriegsmarine ihre vielleicht aus Nachkriegsperspektive größte Tat. Sie rettet circa 1,5 Millionen Menschen aus Ostpreußen. Es wird im Nachkriegsgedächtnis nicht zuletzt das Verdienst Karl Dönitz sein, dem die Ehre zuteil wird, dies organisiert zu haben. Karl Dönitz war, wie wir hörten, der Führer der Unterseeboote zu Beginn des Krieges. Er wurde 1943 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Zum Kriegsende wurde er von Adolf Hitler kurz vor dessen Selbstmord zu seinem Nachfolger als Reichspräsident ernannt. Tatsächlich spielte die Flüchtlingsrettung für Dönitz bis zu Hitlers Tod eine untergeordnete Rolle. Wichtig war für ihn vor allem die Versorgung der kämpfenden Truppe. Erst nach Hitlers Tod räumte er der Flüchtungsrettung Raum ein und führte dann sehr rasch die Kapitulation des Deutschen Reiches herbei. Sie erfolgte am 7. Mai 1945 in Reims. wurde die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht unterschrieben. Morgens um 2.41 Uhr. Um 23 Uhr des selben Tages am 7. Mai versenkt das Unterseeboot des Kommandanten Emil Klusmeier vor dem Firth of Force in der Nordsee noch zwei alliierte Schiffe. Eine Woche später, am 14. Mai 1945, läuft Klusmeier mit seinem Boot wieder in seinen Heimathafen Kiel ein und beschließt sein Kriegstagebuch mit dem hier zu lesenden Satz aus Wie konnte es soweit kommen? Wie konnte es soweit kommen, dass ich am 7. Mai noch erfolgreich gekämpft habe und nun das Reich bedingungslos kapituliert hat? Mag der Kern dieser Frage sein, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führten die Alliierten den Deutschen auch vor Augen, an welch unmenschlichen Gräuel sie beteiligt gewesen waren und welche Gräuel in ihrem Namen verbunden waren. Angesichts dessen aber kann man Emil Klusmeiers Frage auch so deuten, dass man sie dahin deuten kann, wie konnte es soweit kommen, dass wir an diesem Krieg mitgemacht haben. Es ist eine schwere Hypothek, mit der das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg verlässt, mit der Deutschland in die Nachkriegszeit startet. Die Nachkriegszeit wird Gegenstand unserer nächsten Führung sein. Bis dahin danke ich Ihnen herzlich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis dahin danke ich Ihnen.